Schönen guten Morgen hier auf der Baumart 2019, letzter Tag. Mein Name ist Cyril Neum. Ich bin Produktspezialist für die Volvo Assist-Systeme bei Speak-On-Baum-Maschinen und wir stellen Ihnen heute den Volvo Dig Assist vor, die Maschinensteuerung von Volvo. Volvo Dig Assist ist das Maschinensteuerungssystem von Volvo und die einzige Lösung momentan komplett ab Werk, voll integriert und basierend auf einem komplett installierten System, wo alle Hardware-Komponenten, die man später für eine Aufrüstung braucht, bereits schon enthalten sind. Die Basisausstattung Dig Assist 2D beinhaltet die komplette Hardware sowie die Software, um Ebenen, Neigungen und auch Linien zu folgen. Die nächste Ausbaustufe wäre Dig Assist In-Field Design. Hier kann sich der Fahrer seine Konturen und seine Modelle selber im Display erstellen und mit dem realen Gelände verknüpfen. Die letzte und größte Ausbaustufe, die Volvo bietet, ist 3D-Maschinensteuerung. Hier bedienen wir uns unseren Partnern Trimble oder Topcon. Hier kann der Kunde wählen, mit welchem System er gerne zukünftig arbeiten möchte. Auch dies ist eine Reihe der Softwarelösung und kann einfach später abgegradet werden. Optional bietet Volvo Dig Assist die Möglichkeit, ein integriertes Wegesystem zu bekommen. Onboard-Trading ist eine Ladeindikation und hilft dem Fahrer, Transportfahrzeuge ideal zu beladen und Unterladung bzw. Überladung zu vermeiden. Wenn auch Sie Interesse haben, ein Volvo Dig Assist in Ihrer Baustelle auszuprobieren, sprechen Sie uns vom Produktmarketing Zwickon oder Ihren Außendienstler direkt an und vereinbaren Sie einen Termin.